In dieser Folge geht es um Heiratsschwimmel an. Menschen, die anderen die große Liebe vortäuschen und sie dann finanziell ausnehmen. Klingt erstmal spannend. Laut einer Studie hat dies in den letzten Jahren stark zugenommen. Verlässliche Zahlen, wie viele Menschen genau davon betroffen sind, kippt es nicht. Da viele Ausschauen die Fälle nicht anzeigen. Sicher ist aber, dass die Dunkelziffer weitaus höher ist als die bekannten Fälle. Wir treffen uns mit Jerome Boateng. Um Verwechslung zu vermeiden, nicht den Jerome Boateng, der für die Nationalmannschaft spielt. Er hat sein Opfer finanziell ausgenommen. Bereue es aber heute und habe sich sogar an die Person verliebt. Wir wollen von ihm wissen, wie es dazu kam und wie ihr heute damit lebt. Ich habe verheiratet eine deutsche Frau. Diese Frau hat mich verrückt gemacht, Bruder. Ich habe diese Frau geliebt. Wow, okay. Das war eine dicke Frau, wie eine dicke Elefant. Ich habe diese Frau geliebt, Bruder. Diese Frau hat geworgen 270 Kilo. Ich bin verrückt geworden. 250 Kilo? Und jetzt, ich habe, diese Frau ist vorbei. Ich habe eine Anzeige bekommen. Ich darf nicht diese Frau von 200 Meter in die Wohnung, sonst die Polizei macht mir diese. Ich habe gar nichts gemacht. Die Polizei macht mich kaputt. Oh, oh, oh. Okay. Aber ich habe einen anderen Mann getroffen in Corpus Artur, in Kreuzberg. Dieser Mann hat verkauft heute einen Pass. Und ich warte, bis kommt mein deutscher Pass. Ich liebe Deutschland. Ich liebe Meckel. Am Corpus Artur direkt, ja? In Kreuzberg. Der hat das Tor. Keine Guts. Dann danke ich dir erst mal. Ich habe deutscher Pass sofort. Ich gehe im Jobcenter, Bruder. Ich werde. Ja, krasse Geschichte war das. Irgendwie habe ich ein krass gutes Gefühl, dass wir da jetzt wirklich weit kommen. Ich dachte, diese Heiratsschwindler-Recherchen, das ist schon krass. Aber was wir da vorne jetzt gerade gehört haben, ist einfach Endlevel. Endlevel. Und ich weiß, du wirst mich dafür hassen, ich wäre dafür, dass wir sich an dieser Stelle komplett cutten und einfach diese Story hier weiterverfolgen. Weil die ist einfach mal umzacken krasser. Das ist einfach komplett Endlevel. Oh, come on. Ey, ich weiß, aber vertrau mir doch mal bitte einmal. Vertrau mir doch. Glaub mir, ich habe sofort, als ich den Typen gerade reden höre, Mann, mein Journalistenherz. Ich habe einfach, ich war Feuer und Flamme. Und ich weiß ganz genau, dass dieses Ding was ganz, ganz Krasses werden kann. Bist du dabei? Nach dem Treffen mit Boateng gehen mir tausend Sachen durch den Kopf. Hat er es wirklich so gemeint, wie er es gesagt hat? Oder ist sein Deutsch einfach nicht stark genug? Man könne also eine deutsche Staatsangehörigkeit auf einem Berliner Oberhof kaufen? Ja, Leute, ihr habt richtig gehört, es geht um die deutsche Staatsbürgerschaft, einen deutschen Pass. Es ist unglaublich, es ist un-unglaublich. Menschen, die in dieses Land kommen, arbeiten jahrelang, zahlen Steuern, lernen die Sprache, integrieren sich hier, versuchen anzukommen. Die dürfen dann irgendwann die Staatsangehörigkeit beantragen. Kurz vor euch nochmal, beantragen. Und dieser Typ verkauft diese Staatsangehörigkeiten an einem U-Bahnhof-Ausgang. Ich kontaktiere diesen mysteriösen Typen, der angeblich Pässe verkaufen soll. Und das Päste erstellt ihn sogar in treffenden Aussicht. Leute, wir fahren jetzt nach Kreuzberg. Ich bin super aufgeregt. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Er hat der Kamera nicht zugestimmt, hat uns auch gleich gesagt, er möchte nicht gefilmt werden, möchte auch keine Kamera sehen. Deswegen haben wir uns jetzt Mikrofone und eine versteckte Kamera mitgenommen. Wir haben das Ganze natürlich mit der Redaktion nochmal besprochen. Von der Redaktion wurde uns das auf jeden Fall abgeraten. Lars, was meinst du, was sagst du? Ja, lass machen. Komm, wir machen das jetzt. Für alle Nicht-Berliner, das ist der Copster Tor. Der Copster Tor ist Berlins Drogen- und Kriminalitäts-Hotspot Nummer 1. Und hier soll es jemanden geben, dem ihr einen deutschen Pass verkaufen will. Okay, Leute, wir sind jetzt hier am Copster Tor. Kamera läuft. Wir sind alle verkabelt. Und ich würde sagen, lass uns das einfach durchziehen. Wie geht's dir? Wie ist es von diesem Telefon, von diesem Fernsehen oder was? Ich habe gehört, ihr wollt Pester, Pester kaufen, ja? Wie viel braucht es, Bruder? Was ist das da? Ja, mach mal die Kamera, wer seid ihr Opfers? Wir haben gesagt, ich habe gesagt, ohne Kameras. Was redet ihr? Ja, hat Allah! Lars, nur rufen Notarzwang, bitte. Ja, Leute. Wo soll ich anfangen? Alles, an was ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich irgendwann mit einer Notaufnahme wach geworden bin. Lars hat Krankenwagen gerufen, ich wurde mal eingewiesen. Ich hatte starke Kopfverletzungen. Ich wurde von diesem Typen gespuckt, am Korpusator, am helllichten Tage. Was passiert ist, ist, dass ein Stück Schawarmafleisch mit einem Knochen an meine Schädeldecke geplatzt ist, beziehungsweise ist eingedrungen. Ich wurde auch notoperiert. Hier ist der Krankenhausbefund. Ich bin jetzt auf jeden Fall erst mal für ein paar Tage raus. Ich möchte an der Stelle noch mal kurz der Redaktion danken. Die wirklich für mich da waren. Ich kriege jetzt gerade kein Geld, weil ich halt arbeitsunfähig bin. Trotzdem haben sie für mich bis jetzt 13 Euro gesammelt. Und ein Päckchen Tabak. Und mich bei der Berliner Tafel angemeldet. Dafür danke ich auch den Kollegen. Ja Leute, ich kann wieder laufen und stehen. Fit ist was anderes. Ich bin immer noch ziemlich mitgenommen von der ganzen Situation. Das begleitet mich auch erst in meinen Schlaf. Trotz aller dessen muss es weitergehen. Das Team stand auch hinter mir. Besonders Lars. Dafür danke ich nochmal auch für die Unterschrift auf dem Pflaster. Das sind halt so Situationen, die einem dann auch wieder so ein bisschen Stärke geben und auch Mut. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, an dieser Stelle weiterzumachen, weil ich finde, dass diese Geschichte erzählt werden muss. Ich komme gerade von einer Täteridentifizierung. Vor dem Polizeiabschnitt sah ich die Person, die mich am Koppelser Tor tätlich angegriffen hat. Er bat mich darum, ihn nicht anzuzeigen. Im Gegenzug würde er mir bei meinen Recherchen helfen. Und mich sogar zu den Leuten führen, die bereits einen Pass von ihm gekauft haben. So, wir sind jetzt an diesem besagten Park und treffen uns jetzt mit diesem Reza Ali. Lars, ich weiß nicht, ob du mir da recht geben würdest. Umso tiefer wir in diese Sache hier reintauchen, umso gefährlicher wird es. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, als wenn mich jemand verfolgen tut. Ich weiß nicht, ich bin mittlerweile auch paranoid. Ich gucke auch, wenn ich abends schlafen gehe, höre ich doch mal an der Tür. Irgendwie habe ich so ein ungutes Gefühl. Aber wir müssen das jetzt zu Ende bringen. Wir treffen uns jetzt mit ihm und gucken, was er uns zu sagen hat. Unser erster Kontakt ist Reza Ali. 63, Taxifahrer, ursprünglich aus dem Iran. Er ist Analphabet, hat in Deutschland nie einen Sprachkurs besucht. Den deutschen Pass brauche er, um seine 18-jährige Frau vom Iran nach Deutschland zu bringen. Hallo, Assisam. Ja, hi erst mal. Und zwar, du bist ja diese Person, die unter anderem auch diese Staatsbürgerschaft verlesen, von Hammoudi aus Kreuzberg, beziehungsweise im Cottbus Hattor gekauft hat. Assisam, ich habe einen deutschen Pass bekommen, in Kreuzberg, von Hammoudi. Mhm, okay. Das ist ein deutscher Pass, Assisam. Ich bin dein Neunzmann. Okay, und das ist jetzt die Staatsbürgerschaft, also das quasi, was dir als Personalausweis verkauft wurde. Ich habe einen Auftrag bekommen, Assisam, Taxifahrer. Ich bin Taxifahrer. Ja, nee, ich will dich auch gar nicht weiter abhalten jetzt von der Arbeit. Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du dich mit uns getroffen hast und wünsche dir dann erstmal alles Gute. Hier hast du deinen Personalausweis zurück. Dankeschön. Ja, also wir haben uns jetzt gerade, als die Kamera aus war, kurz mal besprochen, ich und Lars. Und ich bin zu der Entscheidung gekommen, dass ich ihm das sagen muss, der hat mir wirklich leid getan und ich muss ihm sagen, dass das kein deutscher Pass ist. Das ist keine Staatsangehörigkeit, das ist eine fucking Deutschlandkarte. Die kriegt jeder x-beliebige, der sich einen Kilo Tomaten bei Lidl kauft, nach Hause geschickt. Ich kann das mit meinem Gewissen einfach nicht verantworten. Ich muss ihm das jetzt sagen, deswegen schreibe ich mir jetzt auch gleich. Ich mache das am besten über WhatsApp und Sprachnachricht. Das ist, wie gesagt, keine Staatsangehörigkeit, das ist kein deutscher Pass. Verdammt nochmal, Alter. Ja, Reza Ali, und zwar, ich bin es normal, Abteil vom Yaselemi-Kollektiv. Wir haben uns jetzt gerade im Park getroffen. Ich muss dir leider sagen, dass das, was du da bekommen hast, kein Personalausweis und keine deutsche Staatsangehörigkeit ist. Das ist eine Deutschlandkarte, die kriegt so jeder Kunde, der bei Lidl sich irgendwann mal was gekauft hat. Mich beschäftigt die Begegnung immer noch. Und mich würde interessieren, wie der Mitarbeiter von der Auslanderbehörde reagiert, wenn Reza Ali mit einer Deutschlandkarte eine Familienzusammenführung beantragt. Äh, Abteil, kannst du noch? Es hat nichts mit kann ich noch oder kann ich nichts zu tun. Ich merke einfach, dass ich genauso eine Situation wie gerade irgendwie zu krass an mich ranlasse. Ich nehme es einfach mit so nach Hause. Mann, weil es ist, das ist halt, ich meine, im Endeffekt sind wir alles nur Menschen. Du bist ja auch nur ein Mensch. So, und wenn du dann halt so eine Dinger siehst, die nehmen dich halt krass mit so. Wenn du so einen 63-jährigen Senioren siehst, so, der sein Leben lang gespart hat irgendwie. Ähm, und dem wird dann anstatt ein Personalausweis eine Deutschlandkarte verkauft, die einfach nichts kostet. So, die kriegt jeder nach Hause geschickt. Und das sind so Sachen, die nehme ich halt mit. Das beschäftigt mich. Jo, liebe Leute, ich habe jetzt gerade mit einem Kollegen aus der Redaktion telefoniert. Der hat mir Mut zugesprochen. Ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir werfen an der Stelle das Handvoll und ich. Wir haben noch einen letzten Kontakt. Und zwar fahren wir jetzt zu Khalil. Auf geht's. Wir geben dem Ganzen noch eine letzte Chance und treffen uns mit Khalil. Er ist 29 und gehört einer arabischstämmigen Großfamilie an, die wegen Kaugummi-Automatenüberfälle bereits in den Medien war. Bevor er den Pass gekauft hat, war er mit einer Deutschen verheiratet. Trennte sich dann aber. Er habe bis heute panische Angst vor Kartoffeln und Rotkohl, weshalb er auch seit Jahren keinen Supermarkt mehr betreten habe. Eine bestimmte Situation verfolge ihn bis heute, weshalb er auch immer noch in Behandlung sei. Von ihr sei er regelmäßig dazu gezwungen worden, Kastler und Sauerkraut zu essen, bis er irgendwann nicht mehr konnte und sich trennte. Hey, ich habe einen Lieber. Wie geht's dir? Hi, Baby. Mensch, ja erstmal cool. Vielen, vielen Dank, dass dieses Treffen geklappt hat. Sehr, sehr cool. Und zwar, du hast ja diesen deutschen Pass gekauft, beziehungsweise du hast mit einer Partnerin, die dir vermittelt wurde, zusammengelebt. Die deutsche Staatsangehörigkeit hast du bekommen. Erstmal alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, jetzt wollte ich einfach mal von dir hören, deine Erlebnisse, wie das so alles ablief. Ich habe eine gute honor کife�� Church als gut aus dem Ort. believe in diese Beregumel-Durkια-Durkst. Das ist gut. Ich lieb, ich habe Einarat! Vielen Dank. Ich war mit der Frau in der Heiraten. Für die Deutsche Bas. Und das war ein ganz Schlimm. Die Frau ist äcklich und ich denke. Und hat meine Kopf kaputt gemacht. Für alle Leute, die kaufen die Deutsche Bas. Und wenn mit einer Deutsche Frau. Ich sage lieber nicht. Aber egal. Ich liebe die Deutsche Bas. Und ich bin Deutsche Bürger von dieser Land. Und ich lebe Merkel. Ich lebe Deutsche Land. Ich lebe Berlin. Ich bin super glücklich hier. Und ich kann auch singen für die Deutsche. Nicht für die Allgemeine. Ich will singen. Ein Fisch und Frisch und Freiheit. Für die Deutsche. Vaterland. Und die Lande nach uns alle sterben. Bruder, Schwester. Und die Hand. Und Bruder ganz glücklich. Für die Deutsche Land. Ich will grüße meine Mutter. Hallo Mutter. Meine Schwester. Hallo Schwester. Meine Bruder. Andere Bruder. Die Bruder von die Bruder. Meine Cousin. Meine Onkel. Die Tante. Meine Nachbar. Die Aschloch. Ich heiße ihm. Das meine Deutsche. Cool. Dann danke ich dir auf jeden Fall für das Treffen. Die Grüße werden wir auf jeden Fall ausrichten. An die ganze Vermandschaft und die Familie. Und dann alles coole. Und ja. Bleib weiterhin gesund. Ciao. Super. Danke. Okay. Unglaublich geil. Trotzdem. Ich habe so krasse Markenkrämpfe. Mir geht es so schlecht. Mir ist so kotterig. Trotz alledessen war das heute ein voller Erfolg. Ein voller Erfolg. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben uns mit Kali getroffen. Wir haben informationsmäßig alles bekommen. Es ist wahr. Es war eine Geschichte. Jetzt ist es Realität. Diese gefakten ihn. Und Pässe gibt es tatsächlich. Das haben wir heute gehört. Und das ist auf jeden Fall mehr als krass. Ich weiß nicht, was in diesem Getränk drin war. Ich habe ... Wann sind wir zurückgekommen Lars? Von einer Stunde? Ich bin jetzt safe seit einer Stunde auf Toilette. Jedes Mal, wenn ich rausrenne, muss ich wieder reinrennen. Ich weiß nicht, was drin wird. Ich glaube, ich fahre auch später noch mal zum Arzt. Um wirklich mal abzuchecken, ob da alles cool ist. Das war es mit unserer Doku zum Thema Schein-Ehen. Es hat alles eine komplett andere Wende genommen. Wir haben angefangen mit Schein-Ehen. Und waren dann bei gefakten Ehen mit Absichten zu einer deutschen Staatsbürgerschaft. Also ich habe schon viele Drehs gehabt. Ich habe schon in verschiedenen Sachen recherchiert. Ich war aber noch nie aufgrund einer Recherche oder einer Dokumentation auf einer Notaufnahme. Das ist mein erstes und ich hoffe auch letztes Mal. An euch. Ich hoffe, die Doku hat euch gefallen. Kommentiert mal unten rein. Kennt ihr jemanden, der in einer Schein-Ehe lebt? Lebt ihr vielleicht selber in einer Schein-Ehe? Kennt ihr jemanden, der auf einmal aus mysteriösen Gründen einen deutschen Pass in der Tasche hatte? Schreibt mal unten rein. Das war's von mir, von mir selber im Kollektiv. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020